Nein, 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 nein Haha, das war's. Schön. Jetzt. Komplizierter geht's nicht, ne? Oh mein Gott! Ich habe kein Platz für einen... KING! Also... Rein da. So. Hi! Wir sind drinnen, was... Oh nein, das sind alle Leute. Was? Oh nein! Der Typ! Ruben, warte auf! Ja, das wundert mich nicht, dass Ruben vor dem Angst hat. Ach, ich springe. Boah! Was macht denn der? Dreht sich der 10.000 mal im Kreis, oder? Gott, ey. Das ist der Command Block. Und das sind seine Rippen, die das Ding umschließen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Das war so klar! Schau, wir müssen den doch nochmal hinten! Weißt du? Och nee! Wie schafft er das? Jetzt mal die Pseudersilien-Moment vorbei. Okay. Woah! Why didn't I ALWAYS carry an enchanted weapon? I'm coming, Ruben! Komm! He's doing everything he can to protect the Command Block. Which means I have to do everything I can to destroy it. Awesome weapon, don't fail me now. Ja! 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 BAM! Nochmal! 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 Nein! 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 Er dreht sich! Aber ich verstehe nicht warum er sich dreht. Hm. Oh. Hier sind so viele Leute. Oh mein Gott, Alter, wie das aussieht. Oh Gott, was? Hat sich... Hat sich gerade ernsthaft der Kopf von dem Typen nach innen gedreht? Hä? Jetzt sind es zwei? Hä? Hä? Muss man das verstehen? What the fuck? Oh nein. Oh nein, jetzt sauchte ich den Tag wieder an. Das Ding ist fast für Gott. Komm, 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 komm. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Weil er ist ja schon im Inneren, will ja dann nach außen geschleudert werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt. Wir haben was. Scheiße. Nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Nicht gut. Nicht gut. Ja, hab ich doch gleich gesagt. Ruben! Das gibt's die Spitze. Ruben! Hold on, buddy! Nein, 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 nein! Oh mein Gott, Ruben! Ruben! Nein! Nein! Nein, nein! Nein, nein, nein! Ihr habt's. Watt. Was ist das? Das ist gut. Oh, hier. Was ist Rude? Das ist gut. Ruben! Ruben! Nein! Nein! Oh! Du kleine Arme! Nein! Hat er sich wehgetan? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Bitte nicht! Nein, bitte nicht! Ruben, nicht zu mir. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Nein! Oh nein! Nein. Das gibt's doch nicht. Oh nein! Oh nein! Musste das jetzt noch sein? Musste das jetzt noch sein? Wirklich? Eine Woche später. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein, 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 nein! 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 Ach, Leute! Das ist doch nicht! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin wieder normal. Ich möchte Ihnen etwas erzählen, um die Order zu erzählen. Die Order of the Stone ist nicht das, was Sie alle glaubten. Wir waren... ...frauds. Wir benutzen die Kommand-Blocken, um unsere Legation zu falsifieren. Wir waren keine Helden. So, es ist Zeit für die Welt, um die neue Helden zu feiern. Real Helden. ... 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 My friends... ... ... ... Ich bin jetzt froh, dass ich Ihnen den neuen Order of the Stone vorbeigeheir. Und so war es, dass eine neue Order of the Stone war. Die Abenteuer des neuen Ordens des Steins werden in Minecraft Story Mode Episode 5 erzählt. Okay. Okay. Hast du Lukas überzeugt zu bleiben? Bist du in die Hexenhütte eingedrungen oder hast deine Freunde gewarnt? Welche Waffe hast du hergestellt? Hast du eine neue Rüstung gewählt oder die alte behalten? Hast du Gabriel überzeugt, das Geheimnis zu warnen oder die Wahrheit zu sagen? Okay. Das war's dann mit dem offiziellen Minecraft Story Mode Episode 5. Er zählt dann die Story von neuen Ordens des Steins. Und da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Auch wenn Ruben leider tot ist. Äh, ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschau lös.